Ein 4 Meter langes Sumpfkorobil könnte durch raus einen einzelnen Otter erfolgen. Mit weit aufgerissenem Maul versucht es das Otter immer wieder. Doch wie gesagt, die Otter arbeiten intim, auch jetzt. Das Wissen sich aufeinander verlassen zu können, gibt sogar so viel Selbstsicherheit um eines dieser riesigen Materien direkt anzugehen. Und zu verteidigen.